Tatsächlich! Pass auf, diese Clubmitglieder fallen dir halt nicht von hinten in den Rücken! Hans ist normalerweise gerade immer dabei und schenkt euch ein Weißbier ein, wenn man ihn sucht, ne? Ja, so ein kleines Glas ist doch für Hans nix. Okay, Dr. Dick, hurry up! Ich bitte um einen Applaus für die Jungen. Applaus Wir sehen mal nicht, wir probieren mal was Experimentales. Musik 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 Das war's. 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 Das war's.